willkommen edle lehns herren an der runde der tafel der tafelrunde und wir sind hier zusammengekommen fünften mission zur fünften mission ja nächstes mal übe ich das mit der ansprache himmel herr gott normal servus willkommen leute zur fünften mission von stronghold kommandoübernahme hat nicht so gut geklappt müssen wir noch üben müssen wir noch üben schlucht der tränen ist angesagt ist nicht angesagt kommandoübernahme schlucht der tränen habe hier aber als letztes gespielt das wollte ich sagen war eine geile mission mit den ganzen wölfen wandelt besonders schwierig aber war sehr interessant zu spielen hat spaß gemacht und im endeffekt kommt es doch darauf an oder naja wie gesagt nichtsdestotrotz spiel mal mission nummer fünf kommandoübernahme und da machen es jetzt wie immer ich schaue kurz in die mission rein wir schauen zusammen rein gucken was wir machen müssen analysieren die lage und dann entscheiden war ob man neu starten oder nicht weil manchmal geht die dinger ja auch zeit ach egal wir schauen erst mal rein und dann schauen wir mal abfahrt der soundbag ist so mega als wir die schlucht verließen sahen wir eine burg unter schwerer belagerung das musste die andere gruppe von loyalisten sein die burg schien schon fast zu fallen also verschaffen wir uns durch das südtor schnell zugang und einer behelfsmäßigen weißen flagge der hauptmann übergab sir long arms befehle einem äußerst erschöpften feldwebe ich bin müde daran die verteidigungsanlagen zu befestigen so ok wir haben zeit und ja alle feindlichen einheiten besiegen schauen wir mal erst mal rein gucken wir schaffen uns überblick über die lage und dann legen wir mal los die festung untersteht eurem kommandos wir haben in position bringen holzbarrikaden der kornspeicher steht völlig frei das ist sehr geil von wo können die denn kommen hier sind wegweiser da steht london drauf es steht noch aber die habe die nur london lesen den rest kann ich nicht lesen wenn ihr wisst was da drauf steht schreibst du mal in die kommentare da haben wir nun mal ein wegweiser ich glaube das war es hier ist keiner nur hier oben hier da ist noch einer da ist auch noch einer mir kann von drei ist aber richtig mies das hätte ich hier ein turm aufgebaut aber wenn hier auch noch einer ist dann müssen wir schauen hier ist unser stein also ich hätte jetzt versucht hier auf langem wege zuzumachen bis hierhin dann müssen sie durchs moor warten wenn sie denn kommen wir den direkten weg zu uns zu finden und hier unsere steinvorräte müssen wir sowieso schützen machen wir hier auch da kommen wir auch noch lang da kann man hoch muss man hier auch zu machen hier kann man hoch muss man hier auch zu machen also hätte ich gesagt machen wir hier auf langem weg zu haben eine lange front es wird anstrengend aber los wir wissen wie die mission aussieht ich habe die geschwindigkeit übrigens runter gedreht den trick haben wir jetzt erst gelernt hat auch nur über eine anderthalbe kampagne gedauert am anfang habe ich immer unter zeitdruck gebaut und jetzt haben wir einfach die geschwindigkeit hier runter gedreht und dann kann man am anfang schön mit seinen ressourcen handeln wie man will und dann kann man erst normal loslegen so und wir legen jetzt los wir starten die mission neu spielen natürlich weiterhin auf schwer die festung untersteht eurem kommandos und speichern wir sollten diese männer schnell in position bringen mission fünf diesen spiel und speichern so also dann fangen wir an machen wir hier zu kann man das weg machen ja doch ist eine tür gut zählt ja dann müssen wir mich hier durch den sumpf warten das kostet sie richtig zeit und da können die schön beschossen werden in der zeit weil es noch mal schauen dass man unsere steinvorräte hier schützen das sind die steine ausgegangen aber wir haben ja gold wo wir ich hoffe das klappt alles so wie ich mir vorstelle da darf man nicht durchkommen sieht aus als wäre dazu gut und hier müssen wir noch zu machen haben wir gesagt mal ja hier hier ist auch noch ich komme hier durch so damit wären unsere steinvorräte geschützt eure befehle aber da kommen die gar nicht rüber das ist scheiße dann machen wir gerade ein kleines tor sind nur zwei stein wie viel brauchen wir dann noch wie weit man damit kommen also viel geld würde ich jetzt auch mit ausgeben eine lücke haben schon nur doch einmal stein kaufen so da ist hier schon mal zu jetzt legen wir los nahrungsproduktionsstätten die truppen der schlange greifen an ei ladibals geäscht bin zur stelle ja rücken aus bewegt euch und in ordnung eure lordschaft was gibt's was habt ihr vor ok auf den bogenschützen auf die versuche ich mit den reitern abzufangen gut es geht und wir bauen hier noch weiter aus weil wir brauchen nahrung ohne nahrung läuft die die ganze schose nicht ja klar während es hier durch wenn alle jetzt hier durch sehr schön richtig nervig ja ich komme gleich und holz ich darf holzen und vergessen ihr könnt das nicht dort platzieren my lord wie lautet der plan ich schick mal hoch ich bin doch gar nicht fertig mit bauen dann gehen die schon richtig ab hier so nahrung hammer bäckereien haben wir drei bäckereien sollte für den anfang reichen häuser uns fehlen leute das ist sehr schlecht wo bauen wir die hin am besten irgendwo hier wo man so mit benötigen unbedingt weil wir haben unsere lebensmittel vorräte schwinden dahin aber uns fehlt es haben wir schon ein bisschen kopfen anbauen hopfen und weizen so das ding steht da kommen die ganzen bogenschützen die holen wir uns jetzt mit den reitern sie haben keine chance bogenschützen bereit sind auf dem weg da das ganze speichern wir jetzt mal ab was wir uns aufgebaut haben und jetzt versuchen wir die gegner abzufangen wir stellen die steuerung geschwindigkeit wieder auf normal das ging aber jetzt schnell mein bogen ist euer in bewegung pfeile bereit steht zu diensten die klingen sind geschärft die pferde sind gesagt was habt ihr vor sie wie lautet der plan gegen wer ist zwecklos in den sattel sie haben keine chance mein herr zu befehlen gegen wer ist zwecklos eure befehle rücken aus wenn die da einfach außen rum wie kommen die da jetzt durch was machen die jetzt der marsch wird uns guttun ach die rennen einfach hier rum okay das ist mies man das ist mies man bin zur stelle so was haben wir dann okay holz wird gesammelt ach jetzt rennen die da einfach hier lang wie mies ist denn das bitteschön ich kann sie wissen dass ich hier auch noch hinbauen muss schultert die waffen vorwärts pikiniere und die bogenschützen treffen hier gar nichts wunderbar okay jetzt mal noch die anderen bogenschützen hier eliminieren so was macht hier unsere wirtschaft läuft wir haben hier holz die holzmacher kommen wir machen mal ein paar extra rationen in der schatzkammer gold bekommen und wir brauchen bogenschützen die benötigen holz ja scheiße okay wir brauchen beide jede menge den feindlichen angriff überlebt eure landschaft entlegene dörfer ja es geht direkt weiter brauchen wir noch gerbereien und dann noch armbrust schützen und piken brauchen auf jeden fall piken die werden schnell und günstig produziert das ist ein scheißplatz den ich mir da ausgesucht habe dreimal piken jetzt produzieren wir pfeile und piken dann kann man die zumindest mal in die schöne mitte sind auf dem weg sie immer schön schnell von rechts nach links soll der kam angriff von hier kommt nicht greifen sie von hier hat obwohl wenn sie von hier angreifen ich die bogenschützen direkt hier rüber ziehen kann mein bogen ist eigentlich wäre es am intelligentesten die hier hinzustellen wenn sie hier sind oder hier kann ich habe ich genug zeit an okay sie kommen von der mitte mein herr zu diensten es ist nicht ohne hier schultert die waffen jetzt müssen sie eigentlich über den sumpf eure befehle eigentlich müssen sie über den sumpf kommen oh shit das ist leider nicht möglich visiere an ziel angepeilt pfeile bereit bogen gespannt visiere an ziel angepeilt was wünscht ihr bin zur stelle boden gespannt visiere an ziel angepeilt oh hallo na wer spießt am meisten auf pfeile bereit boden gespannt visiere an in ordnung nieder mit ihnen bogen schützen bogen schützen bereit fiel angepeilt pfeile bereit ja ich habe kaum noch bogenschützen visiere an eure launcherschein mein bogen ist euer angepeilt pfeile bereit wir brauchen millionen bogenschützen millionen was ist das ein torhaus das ist ein torhaus wir brauchen bauern jetzt geht es los jetzt geht es los so bauern holzhammer hier und nahrungsmittel vorräte sind richtig absolut geil ich hätte sogar gesagt wir machen jetzt hier den kornspeicher mal weiter ja verpiss dich mit deinem Obst und die waffenkammer erweitern nochmal noch am 1 so der gerber rein in diesem gebäude gibt es keine arbeit sire ihr könnt auf uns zählen es werden rekruten benötigt sire ihr könnt auf uns zählen das ist hier ganz gut mit dem sumpf da laufen die mit absicht lasse ich die da durchlaufen ich mache glaube ich hierzu dass sie auf jeden fall hier durch müssen mit dem sumpf ist mega ich speichere mal zwischen der bremst die halt ordentlich aus und jetzt brauchen wir Pfeile was machen unsere steine haben wir schon steine 11 steine ganze 11 damit kann man richtig was reißen holzhammer 68 dann gibt es noch jetzt Pfeilmacher äh noch eine gerberei entlegene dörfer sahen eine truppe der schlange und dann machen wir jetzt noch armbrüste bin zur stelle bin zur stelle ein weiter weg ja bin zur stelle ihr könnt auf uns zählen wohin gehen wir ein weiter weg der weg ist weit doch lohnt sich das ziel bin zur stelle ihr könnt auf uns zählen nicht dienen die truppen der schlange greifen an es werden rekruten benötigt sein euren wunsch so und dann tun wir hier noch ein kleines abfangkommando hinstellen so wo geht es ab oh das ist ungefähr die gleiche Truppengröße wie vorhin ihr könnt auf uns zählen benötigt seien dann brauchen wir noch eine benötigen mehr gold oh ich hab kein gold aha okay ja klar mehr ein hopfen ich muss noch ein Bierbrauer bauen bauen wir noch eine Brauerei eine Brauerei reicht erstmal und eine Schenke das ist hier direkt so mitten im Dorf dann können die Leute was trinken bin zur stelle ihr könnt auf uns zählen es werden rekruten benötigt zählen Rücken aus Bogenschützen bereit Visiere an Ziel angepeilt Pfeile bereit Bogen gespannt Visiere an Ziel angepeilt Pfeile bereit Bogen gespannt Visiere an Ziel angepeilt Pfeile bereit ihr könnt auf uns zählen ein Kinn mein Bogen ist heuer Bogen gespannt ihr schön hier weiterhin hier hinballern Visiere an Ziel angepeilt Pfeile bereit Bogen gespannt Visiere an Ziel angepeilt Pfeile bereit wohin gehen wir Hallo ein leichtes Allzeit bereit womit kann ich dienen nennt euren Wunsch ja bitte ihr könnt auf uns zählen oha wir müssen hier ordentlich Bogenschützen produzieren wohin gehen wir wir rücken aus Allzeit bereit die gehen schneller kaputt weil die man so nachbauen können so wir brauchen noch Teilmacher für Armbrustschützen in diesem Gebäude gibt es keine Einbauer befindet sich auf dem Weg so dann brauchen wir dann Gebäude oh Holz für Holz brauchen wir Stein und für Stein müssen die hier raus die Holzmacher so das können die hier raus weil hier gibt es keine Bäume mehr wir haben alles gerodet bin zur Stelle es werden Rekruten benötigt entlegene Dörfer sind eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung bin zur Stelle es werden Rekruten benötigt sein nennt euren Wunsch ein weiter Weg ihr könnt auf uns zählen ja bitte ihr könnt auf uns zählen wohin gehen wir eure Befehle es ist gar nicht so einfach das wird uns zählen nötigt sein was macht der Kornspeicher der lebt noch wir haben kaum Weizen da geht gar nichts hin super ein bisschen Weizen hier unten anbauen Nahrung jetzt kommen sie von hier aber die müssen außen rum das ist eigentlich unser Genuss das Spiel unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin unsere Goldvorräte wachsen stetig sagen wir schon plus Bier ausschank plus zwei Bier ausschank sehr geil unsere Goldvorräte wachsen stetig das Volk huldigt wir können gar mal eine minus 60 haben sehr geil okay ich bau mal noch eine Kapelle für mehr Religionen ist mir hier plus Religion bekommen ja Bogen gespannt Visiere an die Truppen der Schlange greifen an Pfeile bereit Bogen gespannt Visiere an Ziel angepeilt Pfeile bereit Bogen gespannt Schön dahin wo die meisten stehen damit so viele fallen wie es geht Pfeile bereit Bogen gespannt Ja Visiere an Pfeile bereit Bogen gespannt Visiere an Ziel angepeilt Pfeile bereit Bogen gespannt Ja Visiere an Ziel angepeilt Pfeile bereit Bogen gespannt Bogen gespannt Visiere an Ziel angepeilt Pfeile bereit Bogen gespannt Mit hier rum Geht hier rum Geht hier rum Ein Kinderspiel Achtung Ich bin zur Stelle Ihr könnt auf uns zählen Es werden Rekruten benötigt sein Ihr könnt auf uns zählen Wohin gehen wir Ein leichtes Mit Vergnügen Allzeit bereit Natürlich Mein Bogen ist euer Womit kann ich dienen Womit kann ich dienen Ihr könnt auf uns zählen Es werden Rekruten benötigt sein Ohr leck Jetzt wird es hier richtig ernst Wir haben beinahe keine Nahrung mehr Ja Oh Unsere Lebensmittelvorräte schwinden Dach Unsere Goldvorräte Wachsen stetig Mein Herr Visiere an Ziel angepeilt Euren Wunsch Und weiter ein Kinderspiel Ihr könnt auf uns zählen Es werden Rekruten benötigt sein Ja bitte Ein leichtes Mit Vergnügen Darf uns zählen Bleibt doch auf man Was soll denn der Mist immer Servo Ein Mitvergnügen Ihr könnt auf uns zählen Eure Befehle Pfeile bereit Bogen gespannt Visiere an Es werden Rekruten benötigt sein Bin zur Stelle Ziel angepeilt Es werden Rekruten benötigt sein Allzeit bereit Das Torhaus geht immer zu Ihr raus man Wir rücken aus Ein Kinderspiel Ja Pfeile bereit Bogen gespannt Bogen gespannt Nehmt euren Wunsch Bogenschützen bereit Visiere an Ja bitte Mit Vergnügen Ihr könnt auf uns zählen Wohin gehen wir Und weiter Jetzt machen wir hier alles Natürlich Mein Bogen ist euer Sind auf dem Weg Mein Herr Hallo Das ist leider nicht möglich Eure Befehle Ja Ist klar Entlegende Dörfer Entlegende Dörfer Entlegende Dörfer Bin zur Stelle Es werden Rekruten benötigt sein Ja In Bewegung Bogenschützen bereit Zähl ab Mein Herr Was macht der dann Das ist mit dir falsch Und wie das möglich ist Mach den jetzt nass Sind auf dem Weg Das ist leider nicht möglich Pfeile bereit Mein Herr Die Truppen der Schlange Greifen an In Bewegung Natürlich Greifen die Truppen der Schlange an Was ist denn hier los Ach die machen hier alles nass Ach die Pekingiere sind durch Äh Komm Laden mal neu Wann haben wir gespeichert Das letzte Mal Oh je Erstmal noch gar nichts gebaut haben Wunderbar Es war sicher Der Plan Aber der greift ja In einem Intervall an Das ist ja pervers Brauchen viel mehr Waffen Viel mehr Bögen Es muss schneller gehen In diesem Gebäude Gibt es keine Arbeit Sire Ich geb euch Arbeit Die Goldvorräte sind zu knapp Sire Unsere Schatzkammer leert sich Entlegene Dörfer Sahen eine Truppe der Schlange Auf dem Weg In diese Richtung Ja Ein weiter Weg Bogenschützen bereit Zu Diensten Boah Das ist heftig man Das ist ja sehr Anfang der Mission Leute Dann würde ich sagen Mir überstehen ist den Angriff Bin zur Stelle Mein Bogen ist euer Ein weiter Weg Bin zur Stelle Mein Herr Rücken aus Mir überstehen ist den Angriff Ihr könnt auf uns zählen Und dann machen wir dann weiter wie gehabt Die Waffen Dann machen wir eine neue Folge Weil das dauert ja Die Mission dauert lang Ich brauche mehr Einheiten Ich brauche mehr Gold Kann ich mit irgendwas handeln Mit was könnte ich handeln Was kann ich verkaufen Ich kann Pech kaufen Pech Pechvorräte Pechvorräte sind das Ziel Ich muss Pech handeln Ich brauche hier Pech Wir benötigen Holz Eure Befehle Bogen gespannt Visiere an Ziel angepeilt Peile bereit Bogen gespannt Visiere an Ziel angepeilt Peile bereit Bogen gespannt Visiere an Ziel angepeilt Peile bereit Bogen gespannt Hier Pechgräben hinmachen Dann sind sie reif Ziel angepeilt Pfeile bereit Bogen gespannt Visiere an Was das uns Bogenschützen Jedes Mal kostet Ziel angepeilt Und die stehen da rum Und chillen Peile bereit Wir haben den feindlichen Angriff überlebt Bin zur Stelle Es werden Waffen benötigt Kann ich noch einen Turm bauen Oder nur einen kleinen Ich habe gerne einen großen Ich glaube mit einem großen Können wir hier noch nicht so Mach noch einen kleinen Womit kann ich dienen Wir brauchen Bogenschützen Sonnenweise Bogenschützen Ich bin zur Stelle Ihr könnt auf uns zählen Es werden Rekruten benötigt Seien Lanzenträger hier hin Sehr wohl Mein Herr Und Pech Bin zur Stelle Bin zur Stelle Sind auf dem Weg Sonnenweise Bogenschützen Alles hoch Kann ich noch Bogenschützen bauen Ausrüsten Irgendwas Beilmacher Ein Armbrust Ein Bogenschütze Und jetzt noch eine Gerberei Die ziehen wir gerade noch nach Kommt da jemand mit Holz? Nö Die holen wir alle Holz Dann geht es weiter hier So Leute Wir speichern mal ab Ist heftig die Mission Aber die muss ich wieder Zweiteilen Sonst wird die Folge zu lang Obwohl Wir sind erst hier Bei der Zeit Dann machen wir längere Folgen Machen wir eine 40 Minuten Folge Entlegene Dörfer Sahen eine Truppe der Schlange Auf dem Weg in diese Richtung Ja Noch Truppen der Schlange Ihr könnt auf uns zählen Ihr könnt auf uns zählen Rücken aus Bogenschützen bereit Ihr könnt auf uns zählen Es werden Rekruten benötigt Seien Bin zur Stelle Es werden Rekruten benötigt Seien Und Bogenschützen Ey Wir brauchen Bogenschützen Und noch Bogenschützen Komm Und hoch auf die Türme Mit euch Bin zur Stelle Mein Bogen ist euer Ein weiter Weg Mein Herr Aufzehnen Wir brauchen mindestens 20, 30 Bogenschützen Hier Da muss noch ein Turm hin Dazwischen Ein Großen am besten Die kommen ja immer oben rum Ihr könnt auf uns zählen Es werden Rekruten benötigt sein Wohin gehen wir Und die alle hier hin Angriffshaltung Ja, hör Habe ich schon Pech Kann man schon Pech machen? Pechgräbend So Jetzt Jetzt machen wir so richtig Jetzt natzen wir so Die Truppen der Schlange Greifen an Entlegene Dörfer Sahen eine Truppe der Schlange Auf dem Weg In diese Richtung Bin zur Stelle Ihr könnt auf uns zählen Es werden Rekruten benötigt Seien Womit kann ich dienen? Ein weiter Weg Die Nahrungsvorräte Sind sehr knapp Oh Knappe Nahrungsvorräte Vielleicht mal noch Zwei Bäckereien mehr bauen Ah, wir haben die Brauerei Diesmal gar nicht Brauerei mal noch bauen Und die Schenke Wollte ich noch bauen So Wenn die jetzt hier Genau stehen bleiben Wäre es sehr gut für uns Feuer gefällig Boden gespannt Die Truppen der Schlange Greifen an Visiere an Feuer gefällig Ziel angepeilt Pfeile bereit Boden gespannt Visiere an Ziel angepeilt Pfeile bereit Boden gespannt Visiere an Ziel angepeilt Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp Pfeile bereit Boden gespannt Bogen gespannt Bogen gespannt Visiere an Ziele angepeilt Ziele angepeilt Pfeile bereit Bogen gespannt Bogen gespannt Bogen gespannt Bin zur Stelle Es werden Rekruten benötigt Seier Bin zur Stelle Sind auf dem Weg Es werden Rekruten benötigt Seier Nennt euren Wunnen Ja In Bewegung Visiere an Rücken aus Sind auf dem Weg In Bewegung Hast du mal die Bogenschützen Lohnen machen Was sie wollen Bin zur Stelle Es werden Waffen benötigt Seier Mein Bogen ist euer Mein Herr Ein weiter Weg Ja bitte Na es stehen die Blöd hier rum Die Bogenschützen Eure Befehle Ihr könnt auf uns zählen Es werden Rekruten benötigt Seier Na die können hier eigentlich kaum treppen Ich würde ungern meine Bogenschützen da oben wegholen Äh Nahrung wird auch normale Rationen Ohne Schenke Nein geht noch Kein Holz Ja jetzt machen die hier unten alles nass Ach Es werden Rekruten benötigt sein Bin zur Stelle Ja Rücken aus Das ist leider nicht möglich Sind auf dem Weg Das ist leider nicht möglich Mal schön noch ein Zinnweil hochgezogen Und ja Na ja Bin zur Stelle Eine Schenke Eine Schenke Eine Schenke Haben wir genug Holz 18 Na ja uns fehlt Holz Ey die machen hier meine Steinvorräte nass Bogenschützen bereit Bogenschützen bereit Das ist leider nicht möglich Lass die Pfeile fliegen Mein Bogen ist teuer Das ist leider nicht möglich 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 Sind auf dem Weg Bin zur Stelle Es werden Rekruten benötigt sein So jetzt kam Macht die nass Bin zur Stelle Der Feind ist mit zwungen Zwei Ochsen Und dritter Die Holzvorräte sind zu knapp Was ist mit unserem Holz Ach Kacke Die müssen Kilometer rennen Für Holz Ich habe Wunder Dass ich kein Holz kriege Oh Gott Ey der greift hier Im Dauerintervall an Bin zur Stelle Mein Bogen ist euer Von wo Von hier Mein Herr Feuer gefällig Fehl angepeilt Pfeile bereit Bogen gespannt Entlegene Dörfer Sagen eine Truppe der Schlange Auf dem Weg in diese Richtung Pfeile bereit Boden gespannt Bin zur Stelle Es werden Waffen benötigt sein Allzeit bereit Das hat ganz gut geklappt Das wird jetzt besser Ich sehe noch immer mehr Armbrustschützen Auf dem Türmen Womit kann ich dienen? Bin zur Stelle Euren Wunsch Und Mark Hat stand gehalten Unerreichbar Bogenschützen bereit Können die nirgendwo hin? Die können irgendwo nirgendwo hin Mein Herr Lass die Pfeile fliegen Was machen die denn? Eure Truppen der Schlange greifen an Was soll's? Keine Ahnung Und los Keine Ahnung Was das soll Warum die jetzt da stehen Bin zur Stelle Es werden Waffen benötigt sein Es werden Rekonten benötigt sein Rücken aus Und wo? Ganz da hinten Haben wir noch Pech? Können wir da Pech anzünden Sehr schön Versucht das Das mal hier Wenn sie hier kommen So wir haben Gold Holz Es fehlt Überall Es fehlt an Holz Ich brauche Holz Damit die Waffen bauen können Entlegene Dörfer Sahen eine Truppe der Schlange Auf dem Weg In diese Richtung Ihr könnt auf uns zählen Ich würde ja sagen Wir machen nach der Bogen schützen bereit Feuer gefällig Feuer gefällig Ja Das ist gut Mein Bogen ist euer Visiere an Fehl angepeilt Pfeile bereit Bogen gespannt Visiere an Fehl angepeilt Pfeile bereit Bogen gespannt Visiere an Ziel angepeilt Pfeile bereit Die Truppen der Schlange Greifen an Ja wie viele Mein Herr Visiere Okay das hat keinen Zweck Leute ich mache jetzt an der Stelle Folge Break Ihr seht dann den Rest In der nächsten Folge Weil das könnte hier Sich noch ein bisschen ziehen Das hört ja gar nicht mehr auf Aber hier oben ist gut Scheiße Wohin bin ihr Allzeit bereit Ziel angepeilt Bogenschützen bereit Pfeile bereit Womit kann ich dienen Und weiter Mein Bogen ist euer Scheiße Gogen gespannt Mein Herr Das ist leider nicht möglich Geht er weg In Bewegung Bin zur Stelle Alle zurück Sehr wohl Mein Herr Ja Feuer gefällig Rücken aus Sind auf dem Weg Ja bitte Die Truppen der Schlange Greifen an Bin zur Stelle Es werden Rekruten benötigt Sehe Bogenschützen bereit Mein Bogen ist euer Ihr könnt auch uns zählen Alter ich brauche Einheiten Es werden Rekruten benötigt Schießt doch bitte auch Wie langsam sie gehen Wie langsam sie gehen Weil der vorausgehen muss Ah ja Der Feind ist überall Stell dir mal vor Der Feind gibt sich nämlich Grad gar nicht mehr Bin zur Stelle Ja Ziel angepeilt Ihr könnt Das Eure Befehle Pfeile bereit Ihr könnt auch uns zählen Es werden Rekruten benötigt Sehe Es werden Rekruten benötigt Sehe Bin zur Stelle Es werden Rekruten benötigt Sehe Ja Rücken aus Es werden Rekruten benötigt Sehe Alter ist klar Ganz bestimmt Bin zur Stelle Es werden Waffen benötigt Sehe Allzeit bereit Womit kann ich dienen? Mein Bogen ist euer Sind auf dem Weg Mein Herr Nennt euren Wunsch Ihr könnt auf uns zählen Es werden Rekruten benötigt Sehe Ja bitte Mit Vergnügen Herr Ist klar Ist klar Ihr könnt auf uns zählen Benötigt sei Alter Leute Ich muss kurz Zwischenspeichern Und dann machen wir Jetzt hier mal Break Und dann sehen wir uns In der nächsten Folge Boah geht das doch ab Die feindlichen Einheiten Die feindlichen Einheiten Die Schlange Der Hund Der Wolf Das Marder Das Huhn Die einäugige Klapperschlange Keine Ahnung Wow Schwer Bleibt dran Leute Nächste Folge Das ist hier Hier geht es um jede Sekunde Euer Ghost Bis zum nächsten Mal Ciao